Musik Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch heute ein paar Sommersachen, die wir gekauft haben und dann fangen wir mal an. Alle Sachen, die wir gekauft haben, verlinken wir euch unten in der Infobox. Die ganzen Sachen habe ich mir da hingelegt und dann fangen wir mal an. Einmal habe ich hier dieses schöne T-Shirt und das finde ich richtig schön mit den pinken Schmetterlingen. Und da ist auch schön hier so Gold, Knitze oder Konfetti und dann steht da auch was Schönes drauf. Finde ich richtig schön und das kann man gut für den Sommer gebrauchen. Ich finde das richtig schön. Dann haben wir noch hier dieses Eis-T-Shirt. Das ist richtig toll mit den vielen Eis. Das finde ich richtig toll und schreibt mir unten in den Kommentaren, ob ihr auch gern Eis mögt. Dann haben wir noch hier das Ding drauf. Das ist auch richtig schön mit der goldenen Schrift. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Und hier so ein schönes Herz und da finde ich richtig schön. Dann haben wir noch eins mit den schönen Fransen. Das ist auch richtig schön mit den Flamingos. Schön hier so Blüten und hier die Fransen halt. Das ist richtig schön und dann ist hier das so umgeklappt. Und dann haben die das hier so drangenäht. Finde ich auch richtig, richtig schön. Das ist schön, das T-Shirt. Finde ich richtig schön. Und hier das hat dann noch irgendwie so Glitzer für Gold und dann ist hier so ein Stoff dran. Dann habe ich das richtig schöne Topf. Also hier so mit den... Wohlangen? Ich bin im Hintergrund am Filmen. Wohlangen heißt das. Ja. Ja, das ist richtig schön. Und dann haben wir noch hier das richtig coole. Das ist mit so einer Ananas, eine Melone und alles. Das finde ich richtig, richtig schön. Und dann haben wir noch hier so eine Stofftasche. Und da ist so ein Flamingo und dann kann man hier auch drin so sehen, dass da die Flamingobeine sind. Und so ein Stofftasche und das ist richtig, richtig schön, weil da der schöne Flamingo rausguckt. Und das ist wieder hier so gecaltet. So und dann haben wir noch hier das. Und das verändert sich in der Sonne, das zeigen wir euch auch gleich. Wir haben gerade den Raum gewechselt und so sieht das aus. Also es verändert sich in der Sonne, das sieht man nicht so gut. So, dann sieht man hier die schönen Blumen und das Unzeichen. Ich bin hinter Kamera und zwar, diese Sachen, die verändern sich im Licht. Ja, in der Sonne. Genau, da wird das ganz dunkel. Ja. Und wenn man reingeht, zeigen wir euch gleich, dass es wieder normal ist. So sieht das aus, wenn wir aus dem Licht gehen. So und dann haben wir noch hier diesen Bikini. Geht ihr? Der ist hier so mit Schleifchen schön. Gut gestreift. Und dann noch die Unterhose dazu. Hier die, ist auch richtig schön. Und dann haben wir noch hier das schöne Einhorn. T-Shirt. Das ist richtig, richtig schön. Falls ihr ein Einhorn, äh, falls ihr Einhörner mögt, dann schreibt doch unten in die Kommentare. Einhorn, wenn ihr das nicht schreiben könnt, dann macht einfach ein Einhorn-Emoji. Das würde uns auch freuen. So und dann habe ich noch so ein Lulu-T-Shirt. Das ist auch richtig lustig. Das Lulu-T-Shirt. Weil, also das ist richtig schön, weil auch Lulu draufsteht und ihr so schön gelb. Finde ich richtig, richtig schön. Ich bin froh, dass ich das habe. Und dann habe ich noch das richtig schöne Kleid. Das ist die Rückseite. Vorderseite sieht eigentlich auch gleich aus. So, das ist schön, weil es auch richtig schön bunt ist, das Kleid. Und die Träger sind auch richtig, alles ist bunt, das bunte Kleid. So, und dann habe ich noch was richtig cooles. Und zwar habe ich hier das. Das ist richtig schön. Das hat auch so eine silberne Palme. Und das, ähm, das ist ja auch hier so gebunden. Das finde ich schön. So, dann habe ich noch eine Sporthose. Die ist so. Ich muss schön hier rausgucken. Die ist so schön. Und hier, ähm, das ist hier so durchsichtig. Das haben bestimmt manche auch bei den Sporthosen. Und das finde ich schön, weil hier auch so eine Schrift ist. Und finde ich schön, weil die auch hier so schön gestreift ist. Ja. Und dann haben wir wieder noch, nochmal was mit den, mit Einhorn. Wie das. Ist auch so eine schöne Glitzer. Wenn man das so in diesem Licht hält, dann ist da, sieht man so, dass es Glitzer ist. Und hinten sind auch nur Einhörner. Ich finde es richtig Einhörner, richtig schön. Auf der Rückseite sind schöne Einhörner. Und dann haben wir noch ein richtig cooles Kleid. Wir hatten ja mal eine Modenschau gemacht und dann hatte ich so hier vorne ein gelbes Kleid. Oh, da haben wir uns Pink geholt. Finde ich auch schön, weil es hier so schön, ähm, nicht durchsichtig ist. Da ist nochmal so ein Stoff dran. Finde ich schön. Richtig schön, weil es hier so schön gemustert ist. So, dann habe ich noch eine Hose. Die hat hier so einen schönen Flamingo. Und hat dann hier so einen Gürzel. Da kann man hier so reinmachen. Und hier hat sie dann hier nochmal so Fransen. Das finde ich auch richtig schön. Und hinten sind dann bei den Taschenherzen. Also zwei Herzen an den Taschen. So, dann habe ich noch eine Jacke. Und zwar ist das hier die. Da ist so eine Blumenwurst, Schmetterling, ein Einhorn. Hier Wolke mit schönen Sternen. Da steht Miss Cute, glaube ich. Das ist richtig schön. Dann haben wir noch so Sportschuhe. Die haben wir letzte Woche gekauft. Und die sind schon ein bisschen dreckig, weil ich die schon ein paar Mal anhatte. So, dann habe ich noch hier diese Sportschuhe. Die Schuelsport. Das finde ich richtig schön mit dem Pink und mit dem Schwarz. Das seht ihr hier schon vorne und hier auch. So, das war es mit dem kleinen Haul. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie immer wollen wir zwei Leute grüßen. Einmal die Finja und Zuckerschnecke. Hallo ihr Lieben. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020